Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist wieder eine schöne Neuheit von Zink dran. Und zwar haben wir hier den neuen Vulkan Nummer 11. Der Nummer 11 ist auch ein Bugano bzw. Schweizer Vulkan von der Firma Zink Feuerwerk. Ein deutsches Unternehmen und dieser Vulkan kostet ungefähr 12,50 Euro, je nachdem woher er ihn bezieht. Und meiner ist übrigens von Röder. Röder ist unten verlinkt. Wenn ihr mal schauen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzen würdet. Der ist unten im Video verlinkt bzw. in der Infobox. Zu den Daten. 250 Gramm steht vorne drauf, 50 Sekunden und 6 Meter Steighöhe. Wir haben als Basis einen Silbervulkan, sprich Silberne, Auswurf und dann kommen Orangene Sterne. Ja, das ist wie gesagt eine Neuheit 2022 und ich würde sagen, wir gehen gleich raus und schauen uns den super Vulkan bzw. den geilen Vulkan von Zink an. So, ich kehrt jetzt hier und teste der Vulkan Nummer 11, Orange bzw. Orangene Sterne meine ich. Eine Neuheit von dem Zink Vulkan dieses Jahr. Finde ich mal gespannt, wie die so im Wind performen. Na, warum ist denn eine Basis? Dann haben wir eine Basis. ja wirklich schöne neuheit die rungsten sterne fliegen auch schön weit weg freut mich ja